Wir haben gerade überlegt Sarah, du hast doch bei der Fiona hinten in der Ecke ein schönes Gemälde reingemacht, mit der roten Farbe. Rote Farbe. Pink. Was machen wir damit? Sollen wir das weg machen oder? Nein, meine Kunstwerk. Deine Kunstwerk ist doch aus wie eine Eskimo, die ich verlaufen habe. Die Fiona hat in einen heißen Topf reingelangt. Was? Nein, ist das kein flasches Champignons? Ich möchte aber auch kein Champignons. Dann lass einfach so, okay? Sarah. Traurig. Ich freue mich. Wir haben noch ein Gemälde, aber wir haben noch ein Gemälde. 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 Jetzt müssen wir denen alles erzählen, was sie gesagt haben. Strobelpfeber und so. Wir haben jetzt noch ein Gemälde. Aber ich mache schnell wieder auf. So viel hast du gar nicht gebt! Du hast vergessen den Namen Schnuckelpüter einzufügen. Hast du noch mal eine Plätze gegeben? Papa, kannst du ein bisschen essen? Ich erzähle dir mal was. Papa, was kann fliegen? Flugzeug. Er hat vier Beine und zwei. Ich weiß nicht. Zwei Vögel. Kenn ich schon. Was hat 16 Beine und ist schwarz? Ein tausend Füßler? Nein, tausend Füßler. Der hat tausende von Füßeln. Welche zahlen noch mal? Was hat 16 Beine und ist schwarz? Ein 16 Füßler. Nein. Und was? Zwei Schwimmen. Tschüss. Wieder auch. Tschüss. Wieso? Eure Witz. Es ist furchtbar. Hurra. Und was mit deinen? Wieder nicht schön. Das ist doch vermutlich. Ich habe die meisten Nudeln. Oh Gott, nein. Die fallen wieder runter. Und hier gibt es Rudelsalat. Ja, ein Rudelsalat. Oh ja, wir haben auch einen Rudelsalat. Ein Rudelsalat, Mama. Ja. 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 Papa weiß noch, wie wir Rodel oder Rudel fahren sind. Wie man es noch mal nennt. Und? Diese eine Wagen. Luisa wollte schon immer dahin und habe ihr gesagt, dass wir schon mal dort waren. Ist sie dann ausgerastet? Nein. Ich sag mal, was ich sage. Nur zu klein. Dürfen wir nicht mitmachen. Aber das Mal. Nächstes Mal. Ab die Sommerrude fahren wir jetzt immer so schnell runter. Da. Zieht dein Gesicht so nach hinten. Das will ich nicht. Ja, Schumann. Und warum ist kein Eis drin, damit man was kauft? Stimmt. Wir können ja Dings einfach selber Tee machen und dann abkühlen lassen. Wir haben auch Eistäter. Du hast den direkt durchschaut. Du bist ein Fuchs, oder? Was ist länger? Tausend Tage oder eine Woche? Eine Woche. Wieso? Tausend Tage sind nicht eine Woche. Ne, eine Woche sind nur sieben Tage. Das ist eine Woche. 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 Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.